Hallo zusammen, wir sind hier im Atelier von Lou Couture in Luzern. Ich hatte ein Fitting von dieser wunderschönen neuen Herbst-Winter-Kollektion von Marisa Fischer, die für Lou Couture das alles designt hat. Ich freue mich wahnsinnig auf den kommenden, nächsten Samstag, den 14. Oktober, eine grosse Show Fashion for Generations im KKL Luzern. Und ich freue mich, wenn auch wieder es kommen. Tschüss, tschüss!